2020 werden die Prozessoren, die hören ja nicht auf, die werden immer schneller, wird die Prozessorenrechengeschwindigkeit so schnell sein, wie wie das Mäusegehirn. Und 2025, über das Jahr, über das ich heute sprechen möchte, werden die Prozessoren so schnell sein, wie das menschliche Gehirn. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Erfolgssucher und es gibt die Misserfolgsvermeidung. Der Misserfolgsvermeidung denkt, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann bin ich klug. Der Erfolgssucher denkt, ich bin das Buch. Das Entscheidende, was ich anders gemacht habe als der Zeit davor, ist nur noch mit Menschen zusammenzuarbeiten, mich von denen beraten zu lassen, die schon da sind, wo ich hin will. Wir überlegen viel zu viel, anstatt zu tun, anstatt alles zu probieren. Und wenn ich mich mit etwas nicht wohlfühle, dann mache ich es nicht entschieden. Entschiedenheit ist aber ein weiteres Prinzip für echte Präsenz, das meist unterschätzte überhaupt. Wann warst du das letzte Mal als Kunde begeistert? Und egal, wie lange das her ist, wir erinnern uns daran. Und darauf kommt es an, dass wir im Kopf der Menschen bleiben. Und denken Sie immer an eines. Leben ist heute. Machen Sie das Beste draus. Machen Sie das Beste draus. Machen Sie das Beste draus.